So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Player Arnold's Bellgrounds, mein Name ist Crusader und ich gehe hier jetzt mit zwei M249ern durch die Gegend, sowie einem Ghillie Suit und komplett T3er, das wurde leider schon ein bisschen angeschossen als ich mir den Ghillie Suit aus der Kiste da drüben geholt habe Kills habe ich mit dem ganzen Krempel jetzt bisher noch nicht gemacht, aber die lassen nur auf sich warten, die kommen noch Geht wie hier wieder da drum um die Wurst, wer holt das Chicken Dinner Ich oder die Gegner Wirklich was zu sehen war bisher noch nicht Aber vielleicht kommt das ja noch Ich warte beständig Der hat was geschossen Frage stellt sich mir auf, was schießt er auf ihn? Frage stellt sich mir auf, was schießt er auf ihn? Er hat ihn erwischt Schade Ende wird das ganze hier aufs Open Field fallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank. 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 Die haben sich alle so komisch eingestellt und die M249 mit 4er, die spielt sich ein bisschen, bisschen merkwürdig, ja. Na gut, bis dann, haut rein, tschüss, lasst mir ein Abo oder ein Like da, das wäre super.